Wie hat Boris mich vorgestellt? Das prägt bis heute mein Bild von ihm. Ich würde es vorsichtig okkult nennen und jetzt ist das so ein Running Gag zwischen uns geworden, dass wir uns eigentlich nicht kennen, obwohl wir ja ständig miteinander kommunizieren. Die meisten werden es eventuell wissen, dass wir öfter mal unsere Gesichter in ein Telefon halten und uns über Fotografie unterhalten. Das ist eine berufliche Beziehung. Ja, beruflich, absolut. Und ich muss da jetzt noch eine Anekdote ergänzen. Wir sind gestern Abend essen gegangen, in dem Glauben, wir würden uns unterhalten. Wir haben, glaube ich, zwei Sätze miteinander gewechselt. Wir haben wieder nicht miteinander gesprochen. Und trotzdem kann ich dich ein bisschen vorstellen. Du hast Philosophie studiert. Liege ich damit richtig? Ja, ja. Du bist visuell bildender Künstler, der sich der Fotografie bedient und du hast ein neues Feld entdeckt, das ist die KI und gleichzeitig ist Boris für alles verantwortlich, was hier bei der DFA mit sozialen Medien oder mit dem Digitalen zu tun hat. Und viel mehr möchte ich jetzt vorher gar nicht sagen, weil wir, ich glaube, wir werden genug Gesprächsstoff haben. Ich würde jetzt sagen, ich wünsche mir einen kleinen Applaus für, keine Ahnung, den Großvisier des Okkulten und den dort Voldemort der DFA, Boris Eldaxen. Herzlichen Dank. Ich möchte einen neuen Rekord aufstellen, 250 Folien in 40 Minuten. Ich habe das vorher getestet. Alle 15 Sekunden, das wird schnell. Schnallen Sie sich an. 250. Was ich möchte, ist, dass am Ende dieser 40 Minuten jeder von Ihnen, euch weiß, was im letzten halben Jahr passiert ist, wie disruptiv das ist, wie das unser Leben in der Zukunft beeinflussen wird, privat und beruflich. Ich zeige Experimente, die ich künstlerisch im letzten halben Jahr gemacht habe und meine Einschätzung, was das gesellschaftlich bedeuten könnte. Dann können wir das diskutieren. Im Anschluss hier an meinen Vortrag ist ja die Kaffeepause. Ich schlage vor, dass wenn es Bedarf gibt an Fragen an mich, dass ich hier einfach weitermache und wer Kaffee zu sich nehmen möchte, einfach rausgeht. Dann machen wir das so fließend. Wir fangen an mit einem kleinen Überblick KI-generierter Bilder. Es ist nichts Neues. Man versucht seit 1950 künstliche Intelligenz herzustellen in verschiedenen Phasen und verschiedenen Ansätzen. Seit 2010 hat man natürlich Maschinen, die sehr effektiv, sehr schnell auf viele Daten zugreifen können, neuronale Netze des Menschen imitieren und sich auch jetzt selbst trainieren können. 2015 gab es die ersten Ergebnisse in AI-generierten Bildnissen. Es gab den sogenannten Style Transfer. Man hat gesagt, ich möchte jetzt gerne die Mona Lisa von Van Gogh gemalt und dann ging das dann so. Oder man hat auch versucht, Bilder zu beschreiben und die sich ausrechnen zu lassen. Das waren damals so die ersten Text-to-Image-Bilder, so ungefähr 30 Pixel groß. Und 2018, das ist mehreren Leuten bekannt, gab es eine Webpage, da konnte man draufklicken und jedes Mal hat man ein Gesicht gesehen, das es nicht gibt. Das aber täuschend echt aussah. Die KI, die man damals benutzt hat, nennt sich Generative Adversarial Network, GAN. Kurz erklärt, es sind eigentlich zwei KIs, die mit der gleichen, die eine unterschiedliche Aufgabe haben. Sie bekommen ein Trainingsmaterial, menschliche Gesichter. Die eine KI soll aus diesem Trainingsmaterial neue Gesichter herstellen und die andere korrigiert das. Die guckt, wenn da jetzt drei Ohren dran sind oder zwei Nasen, dann schmeißen wir das raus. Und der erste Durchbruch mit GAN war dann 2018, als ein generiertes Bild auf einer Aktion horrende Summen bekommen hat. Und was vielen vielleicht auch aufgefallen ist, diesen Sommer gab es in Aal eine Ausstellung von John von Kuberta und Pilar Rosado. Die haben sich Alexander Hackmann und ich auch im Auftrag der DFA angeschaut. Wir waren beide aus unterschiedlichen Gründen nicht begeistert. Warum, das kann man online alles noch anschauen. Was aber hier wichtig ist zu sagen zur Verteidigung von John von Kuberta, er hat mit GAN gearbeitet. Und das, was ich zeige, ist etwas anderes. Und der Durchbruch in dieser Technik kam mit dem Schritt von GAN zum Diffusionsmodell. Und was das bedeutet, das versuche ich jetzt ganz einfach zu erklären. Ich weiß, dass Wolfgang Nebel sich damit ein bisschen besser auskennt. Da können wir später vielleicht in die Diskussion mit hineinbeziehen. Es sind zwei Dinge, die hier passieren. Das Bild wird in weißes Rauschen übersetzt. Und hinterher wird das Rauschen wieder in das Bild zurückgerechnet. Das ist eine Seite, die wir brauchen. Das andere ist eine Spracherkennung. Und Durchbruch gab es hier mit einem System, das nennt sich GPT-3. Und das kann 175 Milliarden Parameter Sprache erkennen, generieren und ist auf den ersten Blick nicht von dem, was ein Mensch sagen würde, zu unterscheiden. Macht man die beiden zusammen, dann bekommt man den sprachgetriebenen Bildgenerator, den ich präsentieren möchte. Weil die Bilder, die in weißes Rauschen übersetzt werden, haben alle einen begleitenden Text, der beschreibt, was darauf zu sehen ist. Und diese Information wird irgendwie auch mit übersetzt. Das sind dann so Bilder wie hier. Das kann alles sein. Das ist ein Ausschnitt aus dem Trainingsmaterial von Stable Diffusion. Die Bilder brauchen auch keine große Pixelgröße und es gibt einen beschreibenden Text. Und damit arbeitet die KI. Das kann alles sein. Von Trash zu Trasher. Der Vorreiter in dem System war DAL-E 2. DAL-E, Wortspielerei von einem Disney-Pixel-Film, Wall-E und Salvador Dali. Produziert von OpenAI. Das ist eines der führenden Start-ups in AI. Finanziert von Elon Musk und Microsoft. Und warum die so gut sind, hierin ist, weil sie eben GPT-3 erfunden haben. Das ist das gleiche Haus. Man konnte dort sich anmelden und sagen, ich möchte ein Beta-Tester werden und das ausprobieren. Und man hatte 2011 schon DALI und man sagte, 22 kommt dann DALI 2 und dann kannst du dich hier eintragen und dann kannst du es testen. Und das habe ich gemacht, gleich mit mehreren Accounts, weil man konnte sich aussuchen, ob man jetzt Künstler, Akademiker, Journalist ist. Und ich dachte mal, guck mal, vielleicht funktioniert die eine Berufsgruppe besser als die andere. Und dann habe ich so sechs Wochen gewartet. Und da war ich drin. Und dann war ich Laboratte. Und habe einfach mal geguckt, was ist das denn überhaupt? Und wie funktioniert das? Und das für mich Spannende und wesentlich Neue war Text-to-Image. Und das ist ein bisschen wie im Alten Testament. Am Anfang ist das Wort und dann schöpfe ich. Und bei DALI 2 sieht das so aus. Ich kann hier oben einfach eine Beschreibung eingeben. Das reicht. Und diese Beschreibung nennt man Prompt. Kann ich zum Beispiel eingeben, ich hätte gerne ein Foto von Zwillingen. Das ist so ein Minimalprompt. Und dann kriege ich Zwillinge. Und bei DALI 2 kriege ich die gleich in vierfacher Ausfertigung. Mich persönlich interessieren Zwillinge nicht. Die einzigen Zwillinge, die ich mag, sind die, die Roger Bellen mal in den 90ern fotografiert hat. Diese hier. Also dachte ich mir, ich gebe jetzt mal ein, Zwillinge von Roger Bellen fotografiert. Und dann kam das raus. Und dann hat man gemerkt, okay, irgendwie weiß die Maschine schon, dass Roger so auf andere Sachen steht. Und ich habe das mehrmals gemacht mit anderen Ergebnissen. Und das Interessante ist, es ist ja nie das Original, sondern man hat andere Geschlechter, Physiognomien, unterschiedliches Alter. Aber die sind alle immer irgendwie so freaky wie das Original. Und dann bin ich nochmal zurück, wir haben ja noch das Original im Kopf und dachte mir, ich beschreibe jetzt mal, was ich drauf sehe. Wie alt die sind und dass sie von der weißen Wand stehen und dass ihnen der Sapper aus dem Mund läuft und die großen Ohren. Und dass das schwarz-weiß ist und dass Flecken auf dem T-Shirt sind und dass es in Großformat fotografiert ist mit Blitz in Südafrika in den 90ern. Und dann komme ich schon ein bisschen näher ran. Also schlecht war das jetzt nicht. Und hier habe ich jetzt von dem Text eine Option weiterzuarbeiten und das ist das sogenannte Image-to-Image. Das heißt, ich picke mir jetzt von diesen vier Bildern eins raus und sage ich, das ist das Beste. Kannst du mir das Gleiche nochmal ein bisschen anders rechnen? Und dann kriege ich wieder vier Ergebnisse, die von dem ausgehen und mir unterschiedliche Varianten bieten. Jetzt könnt ihr natürlich auch sagen, das mache ich jetzt mal mit dem Original und dann lade ich jetzt mal Rogers Bild hoch und gucke, was ich dann kriege. Ja, und da bin ich noch näher dran und habe das auch mehrmals gemacht mit diesen Ergebnissen. Ich habe vor zwei Wochen Roger Bellen in Berlin getroffen, habe ihm das alles gezeigt. Er hat sich köstlich amüsiert, fand das alles ganz toll, hat in die Hände geklatscht und hat Fotos vom Bildschirm gemacht. Und dann Marguerite Rousseau, mit der er zusammenarbeitet, geschickt und fand das sehr köstlich. Das weitere Tool, was man machen kann, nennt sich In-Painting. Das bedeutet, ich habe ein Bild errechnet und jetzt gefällt mir aber der Gesichtsausdruck nicht. Dann radiere ich das einfach weg und dann gebe ich oben im Text ein, ich möchte gerne lachende Frau. Und dann lasse ich einfach den Gesichtsausdruck neu berechnen und dann kriege ich wieder vier Varianten, wo ich wieder eins aussuchen kann. Das ist In-Painting. Die Frage ist, was macht man damit? Und ich bin wirklich so davon auch beeindruckt, das hat einen Sog, das hat einen Suchtcharakter und man macht einfach. Das kostet alles, man kriegt so ein paar Credits umsonst und dann muss man zahlen. Und ich habe diesen Sommer mit meinen Experimenten bestimmt 1.000 Euro ausgegeben, um wirklich tief einzusteigen. Und ich habe das täglich gemacht und ich mache es immer noch mehrmals wöchentlich, aber es kostet mich nichts mehr. Dazu kommen wir noch. Was damals so Trend war einzugeben, war Last Selfie on Earth. Dann kriegt man dann solche Ergebnisse, die man natürlich spezialisieren könnte mit der Beschreibung. Und ich dachte mal, ich gebe jetzt mal einen Polaroid von zwei FKKlern auf Sylt in den 80ern und dann sagen mir zwei kleine Tierchen, sorry, das ist nicht unsere Content Policy, geht nicht. Damals, als ich es im August gemacht habe, stand unten noch eine Verwarnung. Wenn du das mehrmals machst, dann schmeißen wir dich raus. Die haben aber nicht gesagt, wie oft du das nicht machen darfst. Und dann dachte ich mir, ich versuche jetzt mal damit zu experimentieren und war angefixt herauszufinden, was geht denn überhaupt und was geht nicht, was ist zensiert. Wie kann ich mit Sprache die Zensur umschiffen? Und dann kommen wir zum ersten Experiment. Das führte dann aus einer Kombination von Sprachbeschreibungen, Prompts und In-Painting irgendwann zu einem Bildergebnis, das mir die KI ausgespielt hat, das aber dann so in der Gestaltung war, dass die KI dann ab diesem Punkt sich geweigert hat, das weiterhin zu behandeln. Hätte ich dann gesagt, mach mir von diesem Bild nochmal eine Variation oder wir radieren nochmal was aus und machen nochmal In-Painting, dann kommen wieder die zwei süßen Tiere und sagen, nein, mach das nicht, sonst schmeißen wir dich raus. Das heißt, ich wollte mit der Technik etwas produzieren, was eigentlich gegen die Regeln der Technik selber verstößt. Aber sie hat sie hervorgebracht. Und so kam ich zu Vomit, auf Deutsch heißt es Kotze, man hat es dann wirklich wieder ausgespuckt, diese KI hat das Bild ausgespuckt und mich mit. Und ich fand es sehr interessant, dass es eine Parallelität gibt zur Idee des Schattens bei C.G. Jung, der ja die Persönlichkeitsanteile betrifft, die man selber nicht wahrhaben möchte und oft in andere hineinprojiziert. Also dachte ich mir, versuche ich mal herauszufinden, was ist denn jetzt der Jungsche Schatten von DALI 2 und zeige hier ein paar Bilder und die klicke ich einfach mal durch. Und die, die mir auf Social Media folgen, die haben das dann auch gesehen und haben darauf auch reagiert. Alle haben gesagt, was benutzt du denn da für einen Prompt? Und ich habe gesagt, sage ich nicht. Das ist mein Kunstgeheimnis, weil ich ja wirklich versucht habe, diese Sprache zu erlernen und herauszufinden, wie geht das denn? Wie kann ich denn all das, was nicht sein darf, anders beschreiben? Es läuft alles in Englisch und das war dann ein Vorteil, dass ich mehrere Jahre halt auch im Ausland gelebt habe und Englisch gesprochen habe und damit vielleicht etwas fließender unterwegs bin als in der normalen Schule. So, vier Wochen habe ich das gemacht, 750 Bilder generiert, 40 davon sind übergeblieben und das Interessante war, dazu kommen wir nachher noch, Hendrik sitzt irgendwo da, Hendrik Faure, auch von der DFA, hat gesagt, es sieht ja aus wie Piktorialismus. Gehe nochmal zurück, ne, so. Habe ich gesagt, richtig. Und dann hat er gesagt, ja, schick mal rüber, ich mache daraus mal eine Heliografie. So, liegt da hinten aus, kann sich jeder anschauen. Das für mich Spannende hier konzeptuell ist zu sagen, ich mache jetzt ein Bild mit der aktuellsten Technik und lasse das mit einer der ältesten Techniken, die wir in der Fotografie als Druckverfahren haben, herstellen. Man sieht ja rechts unten diese farbigen Karos, das ist das Logo von DALI, das ist ja immer noch drauf in schwarz-weiß und diese Heliografie hält hunderte von Jahre, wenn mein Computer, die Festplatten, die Daten alle schon weg sind und das fand ich ganz toll. Hendrik hat noch eine Replik darauf, von der ich nichts weiß, da wird nachher irgendwas Überraschendes noch passieren, werden wir sehen. Das war das erste Experiment, das habe ich so lange gemacht, bis sie mich rausgeworfen haben. Dann haben sie meinen Account deaktiviert und ich hatte noch 12 Euro Credits. Dann dachte ich mir, okay, blöd, aber just am gleichen Tag waren überall in den Medien dann die Nachrichten, es gibt da noch was anderes, was jetzt am Start ist und das nennt sich Stable Diffusion und alle haben gesagt, oh, das ist jetzt Pandoras Box, weil während DALI 2 so zensiert war, dass man da kein Schabernack machen konnte und alle gesagt haben, Google hat auch so eine KI, aber da darf keiner ran, damit man da kein Schabernack machen kann, hat jetzt Stability AI gesagt, wir machen Open Source, ihr könnt damit machen, was ihr wollt, ihr könnt euch das runterladen und haut auf die Kacke und dann habe ich gesagt, das mache ich jetzt, ich nehme jetzt Fahrtwind auf und gehe jetzt in die Rotlichtmeile und teste mal, was kann denn Stability Fusion, was DALI nicht kann. Und das war wirklich zwei Tage, nachdem ich rausgeworfen wurde und dachte mir, das ist meins, Open Source, zensurfrei, downloadable, das war aber alles auch sehr komplex, das selber sich runterzuladen, zu installieren, dann habe ich erst mal angefangen mit der Web-Browser-basierten Version von Stability Fusion, die nennt sich Dream Studio, man sieht ja recht, das ist schon ein bisschen komplexer und da konnte ich aber Bilder generieren, wie jetzt hier Wassernixen, das hätte DALI 2 nicht mitgemacht, jetzt gibt es auch hier Zensur, das heißt, wenn das Ergebnis zu non-safe for work ist, wird es dann unscharf ausgespielt, mir aber nicht berechnet. Und verbotene Begriffe gibt es kaum, da kriegt man ganz selten mal eine Fehlermelder, wo man sagt, das Wort darfst du aber nicht benutzen, dann dachte ich mir, okay, jetzt haue ich mal auf die Kacke und probiere mal aus, weil es ist jetzt ein neues Experiment. Und dann habe ich wirklich mit dem Prompt gespielt und ich habe, Prompt so komplex gestaltet, dass die KI nicht mehr wissen konnte, was ist Subjekt, was ist Objekt, worauf beziehen sich die Verben. Ich habe Begriffe absichtlich falsch geschrieben, ich habe neue Wörter erfunden, habe das mit pornografischen Sachen kombiniert und habe das über 2000 Mal gemacht. Und man muss wirklich machen, machen, testen, das Gute ist aber, es dauert nur ein paar Sekunden und dann hat man wieder vier Ergebnisse. Das führte dann zu einer Arbeit, die heißt Hunger und das sind die Vanitasymbole für die Zukunft. Wer sich ein bisschen auskennt mit Barock, Vanitasymbole, Memento Mori, beziehen sich auf die Sterblichkeit unserer Existenz. Und es gab auch eine ganze Malerei über Memento Moris von Kerzen, Totenköpfen bis zu Wildbret, was von der Jagd geschossen wurde und auf den Tisch drapiert war. Und die Bilder sind irgendwie da dazwischen. Man hat das Gefühl, da ist ein bisschen Kronenberg, Bellmer drin, Hieronymus, Bosch. Keine von diesen Referenzen, die ich jetzt nenne, habe ich im Prompt benutzt. Das waren ganz andere Sachen. Und da zeige ich jetzt auch mal ein paar Ergebnisse. Die habe ich alle zuerst in Schwarz-Weiß generieren lassen und dann habe ich sie hinterher mit einer anderen KI eingefärbt. Und einige von denen, die ich gepostet habe, da wurde ich dann auch mal kurzzeitig von Facebook gesperrt, weil sie da irgendwelche Geschlechtsteile dringend gesehen haben, wo ich auch nicht weiß, was sie meinen. Und diese Verquickung von Lebewesen, von Körperlichkeit, fand ich wahnsinnig spannend, weil ich nicht wüsste, wie ich sowas sonst produzieren sollte. Es gab aber auch hier Follower auf Facebook und die haben gesagt, hör doch bitte auf, so eklige Bilder zu posten. Also das waren zwei Wochen, 2000 Bilder und dann auch ein Aussieben und ein paar blieben dann noch über. Zu diesem Moment, als ich fertig war, ich habe mich ja mit mehreren E-Mails angemeldet, wurde ich als Journalist wieder eingeladen, doch zu DALI 2 zurückzukommen. Das habe ich dann gemacht. Ich habe dann meine gleiche, die gleiche Kreditkarte hinterlegt. Das war denen egal. Das hätte ja auffallen können. Und dann kam ich rechtzeitig, um Outpainting zu erleben und auszuprobieren. Wir reden hier vom 31. August. Also alles, was jetzt hier so gezeigt wird, ist ein halbes Jahr. Und es geht schnell, sehr schnell, immer schneller. Outpainting heißt, ich habe was Bekanntes, also ein Bild, wir kennen hier das Mädchen mit dem Perlochring, alles, was drumherum ist, habe ich nachgeneriert. Das heißt, ich kann jetzt nicht nur wie vorhin das Gesicht ausradieren, innerhalb meines definierten Bildfeldes, sondern ich kann in jede Richtung weitergehen. Potenziell unendlich. Und ich zeige jetzt mal hier im Prozess, wie das geht. Man macht einen Prompt, man kriegt das erste Ergebnis. Das ist jetzt hier. Dann dachte ich mir, oh, man sieht so ein bisschen einsamer aus, der braucht noch jemanden an der linken Seite. Die Frau schielt, das machen wir jetzt anders. Und das ist schon mal ein bisschen hübscher. Jetzt müssen die noch miteinander interagieren. Jetzt hat die Frau aber keine Hand. Gucken wir, dass wir da noch so ein bisschen was besser machen. Jetzt hat der Mann, dem fehlt auch noch was. Der kriegt auch noch eine Hand, die was hoch hält. Was hält er hoch? Ein Auge, weil das eine Auge sieht ja blind aus. Und dann noch die Hand dazu. Und so entsteht dann dieses Bild hier im Zeitraffer. Das können beliebig viele Loops sein. Und jede Veränderung muss wieder in Worten als Prompt beschrieben werden. Und das ist für mich das Spannende, wo ich sage, ich kann da 30, 40 solche Durchgänge machen. Und das erinnert mich an meine Zeit, als ich angefangen habe mit der Zeichnung. Man fängt mit der Linie an, man weiß nicht, wohin es führt. Und trifft diese Entscheidung während des kreativen Prozesses. Auch hier habe ich dann Experimente gemacht, indem ich dann mit einem Prompt anfange. Und dann wird es kombiniert mit In-Painting und wieder ein Prompt und Out-Painting und so weiter und so weiter. Und da komme ich zu diesem Projekt, Pseudomnesia. Das ist eine Erinnerung, die falsch ist, mit der man sich was vorgaukelt. Etwas hätte wirklich existiert. Und man sieht den Look, den ich hier habe, die Fotografie, die imitiert wird. Die ist so zwischen 40er Jahre und Wetplate. Warum, erkläre ich nachher noch. Man könnte auch was anderes nehmen. 80er Jahre Polaroid. Und da habe ich diese Bilder in mehreren Durchgängen produziert. Und Out-Painting bin ich ein großer Fan von. So, jetzt kommen wir zum kritischen Bild. Irgendwann hatte ich mal den Prompt, ich hätte gern, dass ein weißer Mann gegen einen Berggorilla kämpft. Klassisch Boxkampf. Habe ich eingegeben. Und dann wurde ich verbahnt. Ich glaube, DALI 2 ist ja amerikanisch. Die haben da rassistische Untertöne drin gesehen, die von mir nicht gewollt waren. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt höre ich mal auf. Gleichzeitig gab es aber eine Neuerung bei DALI 2. Bisher war es verboten, Gesichter hochzuladen. Das ging nicht. Die Gesichter mussten von DALI 2 selber irgendwie im Prozess entstehen. Und dann war es erlaubt. Dann dachte ich mir, okay, jetzt arbeite ich mal mit meinem eigenen Gesicht. Nimm dieses Bild aus dem Swimmingpool von Aal mit French Bulldog, Dexter. Mach den Pool ein bisschen größer. Nehme dann noch jemanden mit hinzu. Und als ich es gemerkt habe, habe ich schon gemerkt, mein linker Arm wurde irgendwie sehr, sehr viel dünner. Rechte Schulter ist dicker, also muss die rechte Schulter auch noch ein bisschen schmaler werden. Am Ende wäre der Kopf zu groß gewesen. Aber ich wollte das. Und dann kamen wieder die Tierchen und habe mich rausgeschmissen. Und der Account war deactivated. Da habe ich gemerkt, oh, die sind noch schärfer geworden, als sie im Sommer waren. Na gut. Zwei Tage später kam dann die Meldung. Es gibt keine Waitlist mehr. Ihr könnt alle drauf und probieren. Und dann kam die große Flut von all denen, die über DALI geschrieben haben, weil sie dann nicht mehr auf der Waitlist sein mussten. An diesem Punkt war ich aber auch schon durch meine ganzen Experimente, die Zensur, so ein bisschen genervt, dass ich gesagt habe, okay, ich mache es jetzt. Ich hatte bisher noch ein bisschen Angst davor, weil es komplex ist. Und ich hatte kein Wissen, um wirklich mit Code zu arbeiten. Es geht hier ins Programmieren rein. Wir haben ja eine Open-Source-Variante. Das gibt es auf GitHub. Da gibt es Code mit Programmierern aus der ganzen Welt, die das Ding weiterentwickeln. Und wenn man jetzt DALI 2 vergleicht mit Stable Diffusion Open-Source, dann ist das wie eine alte Polaroid-Landkamera mit der letzten Canon EOS irgendwas. Und das muss man wissen, wenn man jetzt eine Einschätzung über die Technik gibt, dass die Open-Source-Geschichte ist das Ding, was sich so rasant entwickelt, dass es DALI 2 eigentlich schon abgehängt hat. Politisch, strategisch war das genial. Und es ist kostenfrei. So, wie funktioniert das? Ich habe zehn Tage gebraucht, um mir das zu installieren und zum Laufen zu bringen. Wenn man geht auf eine für GitHub, da gibt es den ganzen Code, dann braucht man unbedingt YouTube-Videos, die dir erklären, wie du das installieren kannst. Du brauchst dann bestimmte Software, du brauchst Git, du brauchst Python, Anaconda und dann steht dir, öffnet dann den Anaconda-Prompt. Das ist wie früher, als man programmiert hat und da gibt es so einen Befehl ein. Und dann läuft irgendwas ab und wird programmiert und du startest dann das Programm, indem hier unten eine Web-User-BAT-Datei geklickt wird. Dann lief es aber noch nicht, dann habe ich gemerkt, ich habe Probleme, meinen Rechner muss ich anpassen und muss dann in diese Web-User-BAT-Datei rechts Set-Command-Line reinschreiben. Das habe ich alles in den zehn Tagen herausgefunden. Dann läuft das so ab. Das ist irre, wir sind alle so gewohnt, dass es so einfach ist. Und dann kriegst du eine URL und die gibst du in den Browser ein und dann bist du drin. Und dann merkst du, uh, das ist groß und so viele Dinge zum Einstellen und alles, was hier oben steht, ist ein extra Menüpunkt mit wahnsinnig vielen Optionen unten drunter und viel. Das war jetzt im November mit drei, vier, fünf, sechs Menüs oben. Jetzt haben wir schon zwei und drei mehr. So, was ich hier kann, oben links in dem gelben Kasten, Stable Diffusion Checkpoint. Das ist Open Source für alles, was ich damit machen kann, gibt es eine extra Spezialversion. Du willst Inpainting, du willst Outpainting, installier dir die, du kannst zwischen den Modellen hin und her springen und du kannst auch jetzt deine eigenen Dateien hochladen und die KI damit trainieren. Du kannst dir Skripts von anderen runterladen und mit denen weiterarbeiten. Das ist so komplex und auf so viele Arten und Weisen kombinierbar. Ich habe noch gar keine Zeit gehabt, alles auszuprobieren. Ich zeige jetzt mal so die Hauptdinge, wie man damit arbeitet und zwar der negative Prompt. Das ist das Interessante. Ich kann eingeben, Zwillinge von Roger fotografiert, aber ich kann auch eingeben, was in diesem Bild nicht dabei sein soll. Und das habe ich jetzt mal gemacht, das war dann ein Ergebnis, nochmal Zwillinge von Roger und der negative Prompt war dann schwarz-weiß, weil ich wollte das Bild ja in Farbe haben. Dann kam das Ergebnis zwar nicht schwarz-weiß, aber einfarbig. Also habe ich gemerkt, der negative Prompt muss genauer sein, ich möchte kein schwarz-weiß-Foto. Das ist wirklich etwas Manuelles, mit dem man arbeiten kann. Der nächste Punkt ist Attention. Das heißt, ich habe einen Text, die Prompt wie bisher auch und da kann ich jetzt gewichten. Indem ich runde Klammer, eckige Klammern setze, werden bestimmte Bereiche dieser Textbeschreibung wichtiger und unwichtiger. Das ist jetzt mal hier im Beispiel die Zwillinge von Roger mit dem detaillierten Gesicht, ein bisschen freaky und sie lachen. Und dann habe ich das Lachen mal ein bisschen zurückgenommen, dann ist es nicht mehr ganz so groß. Und dann habe ich das Gesicht mal weniger detailliert und so kann man auch hier ein Feintuning machen und wirklich bestimmen, was da passiert. Und das ist das Interessante. Wie kann ich dieses Ding steuern? Keiner weiß es. Es gibt noch keine Handbücher, man muss es ausprobieren. Es gibt eine Promptmatrix. Das heißt, ich kann von vornherein ein Versuchsfeld anlegen, indem ich diese Begriffe in unterschiedlichen Kombinationen errechnen lasse. Mal lachend, mal nicht lachend. Man sieht ja immer, was durchgestrichen ist und was nicht. Und dann kriege ich unterschiedliche Ergebnisse. So kann man starten und dann kann man sagen, okay, von diesen achten gefällt mir die Kombination Detailed Face und Freaky am besten. Damit mache ich weiter. Es gibt auch ein XY-Plot, während die Matrix ja wirklich den Promptbefehl betrifft. Die Texteingabe gibt es beim XY-Plot. Technische Dinge, wie viele Runden gerechnet wird, wie nah das am Originaltext sein soll oder welches Bild das Ausgangsmaterial ist, das kann ich auch hier variieren lassen. Und da machen wir mal ein Beispiel in Richtung Seeding. Was heißt das? Seeding, Saat, das heißt irgendwas muss ich pflanzen, damit es dann wächst. Ich finde meine Saat auf einer Webpage wie Lexika. Da sind Bilder, die mit Stable Diffusion generiert worden sind. Und wenn ich eins von denen anklicke, dann sehe ich erstmal den Prompt und ich sehe unten auch eine Seed-Nummer und kann sagen, okay, ich möchte jetzt mit diesem Bild anfangen, als Hintergrundinformation und davon aus mir jetzt Dinge errechnen lassen. Dann gebe ich die Seed-Nummer ein und wenn ich dann die Zwillinge von Roger mit diesem Gesicht als Seed generieren lasse, dann merkt man, dass das irgendwie mit reinspielt. Auch eine Option, die hat DALI 2 nicht. Und es gibt die Scripts, die man sich runterladen kann, die ich noch gar nicht ausprobiert habe. Upscaling, die Bilder sind ja meistens generiert so zwischen 500 und 1000 Pixel. Das heißt, wenn man damit größer gehen will, dann muss man sich dann zusätzliche Software installieren. Kostet meistens Geld gibt es bei Stable Diffusion umsonst mittlerweile zwischen verschiedenen Modellen. Ich habe noch vor einem halben Jahr 200 Euro für Gigapixel AI ausgegeben, was aber auch dann wirklich Bilder bis zu sechsfach aufblasen kann. Und auch hier sind wir bei KI, weil wie funktioniert das? Wie kann dieses Bild die fehlenden Pixel ersetzen? Hier geht man wieder zurück in die Datenbank und nimmt sich dort die Pixel raus von ähnlichen Bildern, mit denen es funktionieren könnte. Was noch ansteht, ist, in meinem eigenen Archiv die KI zu trainieren. Das ist ein bisschen komplexer. Was neu ist, seit letzter Woche, ist, dass man auch Tiefenschärfe, Tiefenunschärfe bestimmen kann. Und das geht sehr schnell. Also manchmal hat man jede Woche eine Neuerung oder zwei oder mehr, weil die ganze Welt mit rumprogrammiert. Das Experiment, was ich jetzt mache, ist eine Kombination aus all diesen Möglichkeiten, die wir bisher hatten. Ich fange aber jetzt nicht mit dem Text an, sondern mit dem Bild. Und da kommen wir zu dem Projekt, wieso ich überhaupt in die KI reingegangen bin. Ich habe nämlich vor fast einem Jahr angefangen, Bilder zu sammeln aus dem Zweiten Weltkrieg, fotografiert von Wehrmachtsoldaten. Kostet einiges, wenn man das über das Internet zusammensucht. Und irgendwann habe ich gemerkt, es gibt Leerstellen. Kann ich die nicht errechnen? Kann ich nicht Bilder in KI produzieren, statt Unsummen von Geld dafür auszugeben? Und im August konnte ich das noch nicht. Da waren die Ergebnisse noch nicht so richtig prickelnd. Mittlerweile ist es so, dass ich sagen kann, ich nehme jetzt ein Bild links und verändere das durch In-Painting, Out-Painting rechts. Das ist für mich jetzt kein Ergebnis, das war ein Trainingsmaterial, wo ich einfach sagen kann, ich kann das so weit verändern durch meine Beschreibung und durch die Generierung, dass es in jede Richtung zu drehen ist. Und dass das, was vom Original überbleibt, so wie hier, eigentlich nur noch der Oberkörper ist. Und das gibt erstmal wahnsinnig viele Möglichkeiten. Die Frage ist, was macht man damit? Das Interessante ist jetzt hier, dass dieses Originalmaterial wirklich so gut fortgesetzt wird. Man sieht ja hier unten den Fuß von dem ersten Yogi da. Da würde man nicht erkennen, wo jetzt die Trennlinie ist, wo das jetzt aufhört und anfängt. Und das ist erst der Anfang. Also all diese Technik wird noch besser und schneller fertig werden. Ich teste jetzt gerade ein Projekt, wo ich mit Tanvir zusammenarbeite. Zusammenarbeit habe ich ja vor einem guten Jahr präsentiert, meinen Künstlerfreund aus Bangladesch. Wir haben bisher unsere Arbeiten analog verfremdet, durch mehrere Prozesse gejagt. Und so ist es auch jetzt. Das ist ein Ausgangsmaterial, mit dem Tanvir arbeitet. Das kommt raus. Und momentan teste ich, ob es für mich sinnvoll ist, das dann zu nehmen, um mit KI weiterzuarbeiten. Wo ich sagen kann, ich kann jetzt über den Bildrand hinausgehen und was anderes hinzufügen. Ein anderes Beispiel, wo er aus zwei Bildern ein drittes Bild macht und ich sage, dieses Bild möchte ich jetzt perspektivisch erweitern. Da fehlt mir was. Da bin ich jetzt gerade am Experimentieren. Mein kreatives Zwischenergebnis. Es gibt hier in der Schöpfung, Philosophie, Theologie, zwei Prinzipien. Das ist die Schöpfung aus dem Nichts. Und die anderen sagen, von Nichts kommt nichts. Es muss immer was da gewesen sein. Und so haben wir das auch bei KI. Das heißt, wenn wir mit dem Prompt arbeiten, Text to, dann muss ich eine Vorstellungskraft haben von dem, was ich möchte. Wenn ich mit dem Bild arbeite, ist es eine umgeformte Materie und für mich ein besseres Photoshop, wo es nicht darauf ankommt, welche Bildmaterialien ich jetzt bei mir auf dem Rechner oder im Bild habe, sondern was ich durch Text weiter treiben kann. Es ist für mich nicht so, dass ich das Gefühl habe, das macht jetzt alles die Maschine, was ist mit dem Mensch und wo bleibt der Mensch. Es ist eine Zusammenarbeit und ich arbeite künstlerisch zusammen mit anderen Menschen seit 1992. Es kam immer darauf an, herauszufinden, was ist meine Stärke, was ist deine Stärke, wie können wir uns zusammentun und was erschaffen, was keiner von uns alleine kann. Und das ist ein Teamsport, das ist ein Duett und das ist ein Duett auf sehr verschiedenen Ebenen. Und man sagt, ich muss so viele Parameter berücksichtigen und diejenigen, die Dinge wissen, sind im Vorteil und ich habe ja nicht mehr die Rolle des Fotografen, sondern ich bin wirklich Regie. So wie ich dann zu Schauspielern sage, das ist deine Rolle, mach mir mal ein Angebot, gebe ich dann meinen Prompt ein bei DALI und DALI macht mir vier Angebote. Das Gleiche gilt dann auch, wenn ich sage, Set Design, Kamera, muss alles mit rein. Und ich sage, einfach aufs Knöpfchen drücken, das geht auch in der Fotografie, aber es geht ja darum, dass es wiederholbar ist, dass ich wirklich weiß, wie kann ich manuell ein Ziel erreichen. Die ersten Konsequenzen, Copyright, Chaos, wem gehört das? Im Februar hieß es noch, von der amerikanischen Copyright-Behörde geht gar nicht, muss ein Mensch gemacht haben, sonst gibt es kein Copyright. Die Frage ist jetzt dieses Bild, wem gehört das? Ist das jetzt mein Copyright, ist das jetzt Copyright einer Plattform oder Copyright von irgendwem, aufgrund dessen Material überhaupt die KI trainiert wurde? Da gibt es unterschiedliche Lösungen. DALI 2 hat gesagt, wir haben das Copyright, du kannst einfach machen, was du willst, du kannst es verwerten, du kannst es zu Geld machen, als Künstler in der Werbung, für Magazine ist uns wurscht. Dann wäre also hier, ich bin der Urheber und Copyright liegt dann halt bei DALI 2 und sie haben ja nochmal gesagt, wir brauchen das, damit wir Content Policy durchsetzen und quasi so Leute wie mich rauskicken können, wenn sie Blödsinn machen. MidJourney hat das umgedreht gemacht, die haben gesagt, du hast das Copyright, wir behalten die Verwertungsrechte. Und letzten Monat ist dann DALI 2 nachgezogen, haben gesagt, wir machen es genauso, du hast auch das Copyright. Radikal dagegen ist die Open Source Variante Stable Diffusion, die sagen, alles was du machst, ist Creative Commons 1.0, es gibt kein Copyright. Das heißt, das was ich mit Stable Diffusion produziere, kann jeder von euch weiterverwenden, so funktioniert auch das Seeding. Und dann wird es natürlich komplizierter, wenn ich jetzt aber nur im Teilprozess damit arbeite, mit anderen Dingen weiterarbeite, was ist dann mit dem Copyright? Schwierig. Also es ist komplex, ungelöst, wilder Westen. Die Spur führt nach Hamburg, also Stable Diffusion hat mit Wissenschaftlern aus München, Heidelberg zusammengearbeitet. In Hamburg gibt es diese Organisation LION, die sammelt seit Jahren Bild-Text-Kombinationen aus dem Internet und bietet diese Päckchen an. Damit wird KI trainiert und das, was verwendet wird, ist LION 5B. Hier sitzen Hermann Langeweg 26, ich weiß nicht, wo das in Hamburg ist. Jedenfalls Hamburg ist sehr zentral hier. Und man hat auch mal herausgefunden nach der Veröffentlichung, was da überhaupt drin ist in diesem Trainingsmaterial. Hier eine kleine Liste, zur Hälfte sind es fast nur 100 Webpages, Pinterest, WordPress, Blogspot, aber auch sehr viele Stockseiten oder auch so andere alternative Kunstseiten. Und diese Quellen, die ich vorhin schon gezeigt habe. Zwei Künstler aus Berlin haben dann eine Suchmaschine entwickelt, um zu gucken, ist denn mein Bildmaterial da auch drin? Das könnt ihr alle mal machen heute Abend. Ist euer Bildmaterial in LION 5B? Ich habe das mal für Roger Bellen gemacht und ja, er ist drin. Es sind nicht alle original Roger Bellen, wenn man sich auskennt. Und die Frage ist, was bekommt Roger jetzt dafür? Was würden andere dafür bekommen? Nichts. Aber das war jetzt der Stand November. Wir haben jetzt Dezember schon. Seit letzter Woche haben sich jetzt Stability Fusion LION und Have I Been Trained zusammengetan, um eine Plattform zu entwickeln, wo man sich als Künstler entscheiden kann. Möchte ich, dass ich dabei bin oder möchte ich das nicht? Wo viele sagen, entweder du hast einen Einfluss, wie Roger Bellen, und wenn du dann sagst, ich will das nicht, ist es eh wurscht. Weil du hast so viele beeinflusst, dass es durch die wieder drin ist. Und wenn du keine Rolle spielst, dann ist es uns auch egal, ob du Opt-out machst. Also die Frage ist, wo geht das hin? Kreative Berufe. Ich habe den Vortrag ja vor sechs Wochen gehalten, eine ganz andere Version. Auf der Fotopia, habe mich dann bei BFF-Material bedient und am Ende kam raus, dass viele dieser Berufe, der professionellen Fotoberufe, überflüssig sind. Und ich hatte von diesen Slides wahnsinnig viele, wo ich Bilder hatte von den BFF-Kolleginnen und habe dann gesagt, welches von diesen Bildern ist jetzt BFF und welches ist Teil I2. Ich habe das Publikum abstimmen lassen, es war 50-50, lag man dann richtig. Es gab einen Autoprofi, der hat erkannt, was das Rechte hier ist, die anderen nicht. Also das erste Cover wurde auch schon umgesetzt von der Cosmopolitan im Juni. Und ich habe mich mal an einen Coverjob erinnert für Zeitverbrechen, wo sie gesagt haben, das Bild möchten wir gern in grün. Und ich habe zwei Nächte versucht, dieses Bild in grün nachzufotografieren. Hat ihnen dann nicht gefallen, aber sie haben bezahlt. Und heute könnte ich das gleiche Bild in grün in halb von 20 Sekunden für drei Cent generieren. Also die Frage ist, wie lange machen das Magazine noch? Da sind Fotografen und ein Modell und die ganzen Rechte und so weiter abdecken müssen. Werbung macht das auch schon und meine Perspektive ist, alle, die sagen, das gleiche nochmal in grün fotografieren, brauche ich nicht mehr. Die Mutfotografie geht, die Symbolfotografie geht. Gute Nachricht für alle, die Hochzeitsfotos machen oder den Bundeskanzler fotografieren, auf irgendeiner Einweihung, das bleibt. Aber das wird alle erstmal kräftig durchschütteln. Und meine Perspektive ist, nach der Digitalisierung kommt die K-Isierung und das wird alles betreffen, ob wir es wollen oder nicht. Und es geht darum, das irgendwie intelligent zu nutzen. Sonst ist es wie bei dem Übergang zu digital. Wenn man dann den Zug verpasst, gibt es weniger Optionen. Es gibt aber neuen Bedarf beim Prompt-Whispering. Ich muss ja mit dieser Sprache umgehen. Man kann das ganz einfach machen, dass man sagt, ich hätte, wie gesagt, eine Pizza im Stile von Van Gogh als Zeichnung. Das wäre dann der Style. Für diejenigen, die keine Ahnung von Fotografie haben, aber unbedingt ein Foto errechnen wollen, gibt es Plattformen, die dir erklären, was Backlight ist und Kias Kuro oder wie bestimmte Filme funktionieren und was für ein Ergebnis die geben und was Fisheye ist. Oder wenn du dich in der Kunstgeschichte nicht auskennst, dann kannst du da auch gucken, Karl Bloßfeld, aha, sieht interessant aus, lasse ich jetzt mal meine Pizza im Stile von Karl Bloßfeld generieren. Oder ich habe ein Foto, das gefällt mir und dann lasse ich einfach dann die Software errechnen, wie man das beschreiben könnte. Oder ich gehe auf Lexika und kopiere mir dann einfach raus, was da andere schreiben und benutze das. Oder ich gehe auf Unstable Diffusion, das ist die Plattform auf Discord, auf der sich Leute darüber unterhalten, wie man Pornografie damit generiert. Und dann auch zeigen, wie das geht, männlich, weiblich. Ich habe jetzt hier mal die Männer genommen. Es gibt das Ganze aber, das ist alles umsonst, kostet nichts. Es gibt aber auch schon eine Kapitalisierung, in dem Prompts verkauft werden in Richtung Fotografie oder Grafikdesign, Logos, Illustrationen, Videogames und so weiter. Neuer Markt, Foodfotografie. Was ich sehr mag, ist auch schon das erste Spiel, HTW Dresden, Ingo, wenn du ein Event brauchst. Die treten vor Ort an, um Aufgaben zu lösen und lassen über DALI 2 Ergebnisse ausrechnen und dann stimmt das Publikum ab, wer hat das bessere Bild produziert. Macht ungeheuer viel Spaß. DALI ist jetzt schon in Kooperation mit Microsoft und Shutterstock, nachdem die ganzen Stockfotoplattformen erst mal KI gebannt haben, machen sie jetzt Kooperationen mit den KI-Generatoren. Für die Gesellschaft ist es eine neue Unsicherheit, weil Bild vom Papst auf St. Pauli kann jetzt jeder 8- bis 88-Jährige generieren. Ich muss kein Photoshop können, ich brauche das Bildmaterial nicht, ich kann das durch Social Media jagen. Wir werden solche Sachen alle sehen, wir werden noch viel mehr Deepfakes sehen, wo dann mein Gesicht irgendwo drauf montiert ist oder das Gesicht vom Papst oder der Papst und ich in der Bar. Das Ganze auch für Kriegsbilder. Offiziell dürfen Kriegsbilder aus der Ukraine nicht durch die Plattformen gejagt werden, funktioniert aber. Und ich kann alternative Variationen von Butcher errechnen, die technisch noch nicht ganz perfekt sind, aber auch das wird besser werden und dann kann ich als russischer Propagandist zum Beispiel sagen, das war aber doch so, das war aber doch so und das reicht schon und es ist einfach. Das bedeutet, Bilder als Faktenträger ist etwas, von dem wir uns einfach verabschieden müssen. Es wird schwerfallen, wir haben gewusst, es ist schon lange eigentlich überfällig und man hängt noch dran, aber es ist vorbei. Auch dieser Bundestag ist generiert und die Gesellschaft ist dadurch weiterhin manipulierbar und hat da noch keine Antwort drauf, besonders die demokratischen Gesellschaften. Anders sieht es aus in der Pornografie. Da gibt es eine neue Grenzenlosigkeit. Wir müssen niemanden mehr ausbeuten. Wir gehen einfach auf das Material zurück, was wir schon produziert haben und können jetzt neue Körper produzieren, wie wir wollen, was wir wollen, eine Form von Sexualität, die wir in der Realität gar nicht mehr einlösen können. Also was das bedeutet, müssen wir mal gucken, ist interessant. Diese Grenzenlosigkeit, die ich dann noch letzte Woche in meiner Präse hatte, ist jetzt schon wieder vorbei. Ich musste so oft updaten. Letzte Woche hat Stability Fusion eine neue Version online gebracht und hat gesagt, ah, not safe for work, nehmen wir raus, weil in den letzten Wochen haben wir 100 Millionen Investorengelder bekommen. Wir wollen juristisch nicht angreifbar sein. Wir machen jetzt mehrere Versionen und die sind dann alle safe für die Kinderchen. Und wenn ihr das mit Pornografie machen wollt, dann haben wir nichts damit zu tun. Das ist ja open source, das ist dann euer Problem. Und da gab es auch schon Diskussionen zwischen Edward Snowden und Emad, ist der CEO of Stability Fusion, hat gesagt, ja, Kinder und not safe for work geht nicht. Im August war das egal, weil das war der strategische Zug, um an DALI vorbeizufahren. Und jetzt gibt es eine neue Version, ich kann ja zwischen den Modellen hin und her springen und unstable diffusion, 50.000 Leute und ich sagen, es ist jetzt wurscht, wir sammeln im Internet jetzt einfach unsere eigenen pornografischen Bilder und damit trainieren wir das und dann gucken wir, wie es weitergeht. Keiner weiß, ob das klappen wird oder nicht oder ob das juristisch funktioniert oder nicht. Das ist jetzt die Druckbetankung, das ist all das, was im letzten halben Jahr passiert ist, was geht, aber es geht weiter. Also dieses GPT-3 ist der Schlüssel mit dem Diffusion und Text-to werden wir in den nächsten Monaten und Jahren in allen Bereichen erleben. Also wir haben schon Meta und Google, die arbeiten an Text-to-Video. Das ist der nächste Schritt. Video sind ja 24 Bilder pro Sekunde, kriegen wir hin. Text-to-3D, kein Problem, sind auch schon die ersten Prototypen da und dann geht das weiter. Dann können wir sagen, ja, wir gucken mal, weiter geht es, geht nicht zurück. Mit Musik geht das schon, mit Literatur, mit Architektur, mit Tanz. Viele experimentieren schon mit Code, Kriegsführung, Drogen. Ich kann sagen, okay, LSD, wie ist das chemisch aufgebaut? Machen wir mal eine Variation und dann gebe ich es ins Labor. Mach mal, guck mal, was wir rauskriegen können. Und das wird nicht aufhören. Es ist wirklich ein Riesenschritt, den viele noch nicht gehört haben, ein Big Bang. Und was machen wir damit? Erstmal Fragen. Fragen jetzt hier im Anschluss und dann in der Diskussion draußen. Und ich wurde eingeladen, einen Workshop zu machen. Der ist offen, wird zwar von der DGPH organisiert. und da mache ich über drei Online-Events, probieren wir das alles gemeinsam aus, mit generieren, da wer sich für interessiert, kann da hinkommen. Und jetzt würde ich sagen, fangen wir an mit der Fragenrunde oder mit Hendrik. Danke. Ich hebe das mal um. Ich hebe das mal aus. Alex, du hast mich vorgestellt, du hast gesagt, er will sich zu Wort melden, du hattest so eine komische, du hattest, ich weiß nicht, deine Position, du wolltest mir Dinge sagen. Du wattest ab. Soll ich das Mikrofon benutzen, Jürgen? Du kannst aber auch da reinsprechen. Ich bleibe da, du gibst mal ein Publikum. So. Jetzt weiß ich gar nicht, was ich jetzt fragen soll. Dann gib es doch weiter das Mikrofon. Natürlich, ich gebe die Fragen natürlich weiter. Ja, das tue ich natürlich gerne. Du trägst das Mikrofon durch die Gegend. Andreas. Ja, hallo. Unausgesprochen steht ja eigentlich immer die Behauptung dahinter, dass das Fotografie wäre. Und das würde ich in Frage stellen. Ja, diese Frage schwebt schon seit Tagen hier im Raum. Ist das Fotografie oder nicht? Wie wird Fotografie definiert? Das hat Hendrik ja auch schon gemacht. Ist es Schreiben mit Licht? Ja, jetzt gibt es. Warte erstmal. Darf ich noch antworten, Ingo? Er wollte schon so machen, aber du musst mir das Mikrofon zeigen. Ich weiß nicht, was es ist. Ja, es ist mir auch egal. Das Interessante, die Verbindung zur Fotografie ist das Trainingsmaterial und das Wissen, das ich mitbringe mit den Promts und mit der Steuerung. Ja, ich generiere Bilder, die sehen so aus wie Fotografie. Die leben aus der Geschichte der Fotografie. Das könnte ich aber auch machen als Zeichnung oder als Malerei. Ich mache es halt als Fotografie, weil das mein Hauptmedium ist. So, Alex. Alex. Ja, zu dem Thema Fotografie. Natürlich hat das mit Fotografie am Ende nicht so viel zu tun, außer dass das Grundmaterial natürlich irgendwo Fotografie ist und dass es aussieht wie Fotografie. Was ich aber immer dachte, wir haben uns auch vorher schon darüber unterhalten, dass das großartig ist. Was da passiert, weil das wahnsinnig ein guter Beweis ist in der Umkehr, was das Schöne an der Fotografie ist. Diese Verbindung zu irgendwas Realem, die da einfach nicht mehr vorhanden ist. Das ist ja alles nur noch, das ist ein Pixel, das ist Mathematik, was wir da sehen und diese große Angst, die überall herrscht, wenn man da drauf guckt, die ist für mich nicht ganz nachvollziehbar, weil das ist eine Entwicklung, damit müssen wir umgehen, damit werden wir umgehen müssen, wie mit allen Entwicklungen, die bis jetzt stattgefunden haben auf technischer Seite auch. Die geht nur deutlich schneller, das ist ein bisschen anstrengend, aber im Grunde habe ich gedacht, wow, dadurch wird noch klarer, wie schön Kunst sein kann, wie schön Fotografie sein kann, weil das alles einer Motivation entspricht. Und diese Bilder entspringen ja keiner, die AI hat ja keine Motivation. Ja, aber ich habe die Motivation. Genau, du hast die Motivation, aber diese Bilder machen mir keine Angst. Du, derjenige, der das bedient, der macht mir Angst, laut Voldemort, weil die Ergebnisse schräg sind. Aber ansonsten habe ich vor der KI keine Angst. Also die Fotografie ist das Schöne. Du hast ja gesagt, das Schöne an der Fotografie ist der Bezug zum Realen. Du hast ja auch vorhin gesagt, dass ich Philosophie studiert habe. Philosophisch gesehen ist Reales gar nicht zu definieren. Sind wir alle in Platons Höhle und das, was wir sehen, ist nur Schatten. Also jeder von uns trägt seine eigene Welt mit sich rum, schaut anders drauf, wird dadurch auch bestimmte Dinge sehen oder nicht sehen. Sodass für mich jetzt KI dann eine Konsequenz ist, von der Art und Weise, wie wir als Mensch funktioniert sind. Deswegen heißt das Ding ja auch, geistig die Materie. Fragezeichen? Wir haben Hendrik und Christoph und Ingo wieder auch. Ja, gut, dann halte ich mich mal zurück. Ich habe Christoph zuerst, Dankeschön, ich habe Christoph zuerst gesehen. Und dann nickt Hendrik und dann du. Ja, vielen Dank. Ist die Reaktion, die gerade von dir gekommen ist, nicht so? Also die klassische Reaktion, der klassische Ausdruck des Künstlers, der seine Kreativität als Alleinstellungsmerkmal für sich in Anspruch nimmt, der definiert oder glaubt, dass es noch einen Unterschied gibt zwischen menschlicher Kreativität und KI und maschineller Kreativität. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, dann gibt es diesen Unterschied eigentlich nicht wirklich mehr. Der Bezug zur Realität ist auch in diesen Programmen gegeben. Und insofern klingt das für mich immer ein Stück beleidigt sein. Der Fühl uns irgendwo in Frage gestellt. Nicht durch das, was vorgetragen worden ist, denn er sagt uns ja, er nutzt dieses Programm, um seine eigenen Vorstellungen umzusetzen. Aber man kann es natürlich auch anders nutzen. Und vor diesem Hintergrund finde ich das eine fast sentimentale Position, die ich gut verstehen kann, aber die uns, glaube ich, an der Stelle nicht wirklich weiterführt und die nicht den Gegebenheiten entspricht. Kann ich da noch kurz darauf antworten, bevor wir zu Hendrik gehen, weil ich habe damit auch gerechnet, dass das kommt. Es gibt eine schöne Theorie über technische Panikzyklen in sieben Phasen, mit der solche Technik auch immer begrüßt wird. Und das haben wir immer wieder. Und dann können wir mal gucken, wo wir uns gerade befinden. Die erste Phase ist, belästigen Sie mich nicht mit diesem Quatsch, das wird nie funktionieren. Zweitens dann, okay, es verbreitet sich, aber es ist gefährlich, weil es nicht gut funktioniert. Und das ist nur noch so egal. Und drittens, stopp, es funktioniert zu gut, wir müssen das ausbremsen, tun Sie was. Viertens, dass es so mächtig ist, dass es unfair gegenüber denen ist, die keinen Zugang haben. Und fünftens, jetzt ist es überall und es gibt keine Möglichkeit, ihm zu entkommen. Unfair. Sechstens, ich, also der, der damit arbeitet, werde es aufgeben, vielleicht einen Monat lang. Und siebtens hat man sich dann wirklich damit arrangiert und versuchte, seine Stellung dazu zu finden. Und das sehe ich jetzt auch. Hendrik? Also, wenn Hendrik Faure, wenn man es mal vergleicht mit der Entwicklung der Schachcomputer, dann hatten die auch eine lange Anfangszeit, wo die alles mögliche gesammelt haben und eigentlich für Strategien zu blöd waren. Und ich denke, diese Anfangszeit ist jetzt auch. Und ich finde das toll, dass du diese Arbeit gemacht hast. Aber zu dem, was eben von Christian Lindsbach gesagt wurde, ich bin nicht beleidigt, ich kann es besser. Ich habe in derselben Zeit, genau in der Zeit, die du da verwendet hast, für bedeutungsschwangere Bilder, die Bedeutung gesucht haben, habe ich ein paar Arbeiten gemacht, für die ich Verwendung habe. Das spielt hier aber noch nichts eine Rolle. Ich habe die hier ausgelegt und ich finde die im Moment noch besser, weil ich habe einfach nicht mit irgendwelchen Pixeln geschubst, sondern ich habe die Realität bearbeitet und habe die Realität fotografiert. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist, für mich heißt es wirklich Fotografie, schreiben mit Licht. Und wenn das Licht fehlt und durch Blitz ersetzt wird, durch Illusionen, dann finde ich, ist es keine Fotografie. Das kann ja tolle Kunst sein, aber mit Licht ist es nicht, sondern es ist mit Elektrobarz. Und ich denke, das muss man schon sagen. Ein weiterer Punkt ist, zu jeder Versuchsrate gehört eine Ratten-Giotine. Deswegen kannst du das Bild bitte noch mal zeigen, die habe ich auch noch gleich gemacht, was ich dir mitgegeben hatte. Das ist ein, was auf dem Computer ist. Das war noch in dem Zusammenhang auch. Das wird sich sicher ändern, aber im Moment, finde ich, verlieren diese Bilder einfach noch gegen jede Realität. Ach so, und das was ich noch sagen wollte, das eine Bild, Ingo, was du dir gerade anguckst, das ist ein Geburtstagsgeschenk, weil die Geburtstage werden hier immer vergessen, obwohl die werden jedes Jahr schlimmer. Ich weiß, wovon ich rede. Ja, das ist das mit dem, das schöne Helle, das mit dem Rübenkopf. Okay, das war's. Danke, Hendrik. Ich gebe das Mikrofon jetzt weiter. Ja, ich möchte noch zu Hendrik was sagen. Wir haben ja vorhin auch definiert, wir arbeiten ja so als Antipoden miteinander und in unterschiedliche Richtungen und ich fand diesen Austausch sehr fruchtbar und ich bin auch dankbar, dass Hendrik die Heliogravür hergestellt hat, weil ich wirklich denke, konzeptuell als Arbeit gibt das dem erst den richtigen Schliff, diese beiden Enden zusammenzuführen. Ja, Wolfgang Nebel, du hast vorhin meinen Namen genannt, ich werde jetzt nicht versuchen zu erklären, wie das funktioniert, kann ich auch gar nicht, weil ich eigentlich zwar Informatiker bin, aber eher Mikroelektronik-Chip-Design machen. Was ich sagen wollte, ist, ich habe eigentlich keine Angst, ich bin erstmal dankbar für deinen Vortrag und eigentlich auch dankbar, dass es diese Technik gibt, weil sie beschleunigt, glaube ich, einen Prozess, den wir ja schon langst haben, dass man dem Bild nicht unbedingt glauben kann. Ja, es gibt die Fakes und was man sieht und in jedem Tagesschau-Beitrag wird ja immer gesagt, nee, wir können nicht nachweisen, ob das jetzt stimmt oder nicht. Das kann man ja bei keinem Bild eigentlich, bei fast keinem Bild. Und dieser Prozess beschleunigt, diese Technik beschleunigt, glaube ich, dass wir einfach vor Augen geführt kriegen, dass wir dem Bild nicht glauben dürfen. Gerade wenn es eben journalistisch ist und auch wenn eine soziale, gesellschaftliche, kriegerische, was auch immer Relevanz hat, beschleunigt das und die Open-Source-Aktivitäten, die du genannt hast, finde ich super, weil das ist noch ein weiterer Beschleunigungseffekt. Oh ja. Eine Riesen-Community dabei ist, die dann arbeitet und das weiter vorantreibt und dann gibt es irgendwann mal Distributions, wie wir es bei anderen Open-Source-Softwaren auch kennen, die das benutzbar machen, ohne den langen Einarbeitungsaufwand, den du hattest, sozusagen für jedermann benutzbar machen. Und wenn der Stand erreicht ist, dann weiß eigentlich jeder, dass man keinem Bild mehr glauben darf. Dankeschön. Ich gebe das hier mal an Bärbel. Ja, ich habe auch, ja, erstmal vielen Dank, ja, warte, eine Sekunde, Bärbel Möckmann, genau, erstmal vielen Dank, dem kann ich zustimmen. Ich hatte jetzt auch noch mal ein paar Fragen oder ein paar, auch noch mal diese Frage zur Dokument, oder zum, dass es halt ein Beweis ist, aber das war ja auch schon von Anfang an der Fotografie immer so, dass man die Fotografie auch fälschen konnte oder da eingreifen konnte. Und dann, wenn man jetzt überlegt, dass die Fotografie auch eine rasante Entwicklung hat von der Entstehung der Fotografie, da hatten die Maler auch alle Angst, dass sie sozusagen diesen Job verlieren. Und wenn man das vergleichen würde auf einer Zeitschiene, könnte ich, ich vermute mal, also ich weiß nicht, ob das stimmt, das sehen wir ja dann ja erst später, dass es so was Ähnliches ist. Aber was das dann nachher für uns als Fotografen oder als Künstler heißt, können wir ja nicht abschätzen. Aber was ich vielleicht ganz wichtig finde, dass sozusagen an diesem Punkt ja auch noch mal klar wird, dass wir jetzt eine neue Bildsprache lernen müssen. Und das ist, komme ich jetzt noch mal zurück auf meinen Ansatz, den ich auch mit der Kamera Obscura hatte. Wir haben eine gelernte Bildsprache oder sind bestimmte Bilder gewöhnt, die jetzt aber ganz neu entwickelt werden und die wir auch neu lesen müssen. Und ja, also das... Ich fand den Vergleich sehr gut mit dem Erlebnis, was die Maler hatten, als die Fotografie kam, wo ja viele gesagt haben, wie kann ich mir Malerei jetzt noch Geld verdienen? Und da war die Malerei aber von bestimmten Aufgaben befreit. Ich denke, jetzt wird die Fotografie von bestimmten langweiligen Aufgaben befreit und all diese Menschen, die ansonsten Stockfotografie gemacht haben und andere Dinge, können jetzt richtig geiles Zeug machen. Ja, genau. Ja. Aber was ich halt total wichtig auch an deinem Vortrag finde, dass wir uns bewusst werden, was da passiert und wie es funktioniert. Und deswegen vielen herzlichen Dank für diesen Einblick, weil das, was du jetzt in den letzten zwei Jahren also da an Input reingezogen hast, das könnte ich jetzt nicht nachvollziehen. Also vielen Dank für diese Energie da in dieses wissenschaftliche Forschung. Danke. Wir haben nochmal Klaus Elle und nochmal Andreas. Ich glaube halt, es war erst... Entschuldigung, Klaus, sie hatte sich wirklich zuerst gemeldet. Kann ich das Mikrofon nochmal haben? Achso, Entschuldigung. Erst bitte. Achso. Dankeschön. Ne. Ich lecke doch immer an diesem Mikrofon. Nadja Ellinger. Erstmal vielen, vielen Dank für den Vortrag. Super spannend. Ich habe eine relativ offene Frage, weil du hast es schon ein bisschen angerissen mit dem Trainingsmaterial, was ich ja sehr, sehr spannend finde, dass wir da eben gerade aktuell auch noch Probleme haben. Also die Sprachroboter von Google haben ja eine rassistische Sprache entwickelt. Wir haben auch in Google Translate einen latenten Saxismus in manchen Sprachen. Also wir müssen ja sehr, sehr vorsichtig umgehen, mit welchem Trainingsmaterial wir da arbeiten, wie wir das Ganze füttern. Ich wollte einfach nur relativ offen, deine Gedanken dazu hören. Dazu hatte ich auch in dem alten Präsentationsslide habe ich rausgenommen, weil ich denke, das ist temporär und wird sich bald auflösen. Also wenn man auch Experimente macht und sagt, ich möchte jetzt gern Schoolteacher haben, ohne das Geschlecht zu spezifizieren, dann habe ich dann auf Stability Fusion drei Frauen rausgekriegt und einen Mann, alle weiß. Und bei DALI waren die Hautfarben schon gemischt und es war 50-50. Also man merkt schon, das ist ein Thema, das wird berücksichtigt, alle sagen, sie wollen es berücksichtigen und man merkt das bei DALI auch schon, wenn man nicht wirklich eine Person mit der Herkunft irgendwo lokalisiert auf der Erde, dass man da alles kriegt. Klaus, jetzt bitte du. Es gibt ja diesen wunderbaren Neuroforscher Metzinger, der über das Bewusstsein geforscht hat und er ist zu dem Ergebnis gekommen, er hat gesagt einfach, das Bewusstsein ist das Erscheinen einer Welt in dir. Das war für ihn die Erklärung von Bewusstsein. Was du erklärt hast, ist ja folgendes, diese KI nimmt die Erscheinungen einer Meta-Welt, also die wir produziert haben, also man kann ja sagen, Realität 2.0, die die sozusagen zusammen addiert und daraus eine neue Erscheinung macht. Die Frage, die für mich eine große Rolle dabei spielt, wir wissen ja bis heute nicht genau, was eigentlich Bewusstsein ist, wie wir handeln, so wie wir sind, wir haben die Kultur und wir sind ja trainiert von der ersten Welt, so was wir sehen, Biografie, Familie und dieser Trainingsprozess ist jetzt wie so eine zweite Welt, die wir schon geschaffen haben als Kultur und das schafft ja wie, für mich so fundamentale Fragen an uns selbst. Also diese große Frage, was ist Kunst überhaupt, wir streiten ja so ewig drüber und die Frage, wie dieser, man könnte fast sagen, erkenntnistheoretische, philosophische Diskurs geführt wird, das hat natürlich extrem viel mit Eitelkeiten zu tun, was ist überhaupt noch das Genie? Wenn ich jetzt eingebe, irgendwo ein Konzert zu schreiben, wie Beethoven, eine neue Fuge, das geht ja alles schon, also es stellt solche entscheidende Fragen an uns selbst und die Frage, ob wir in der Lage sind, diesen Diskurs überhaupt zu führen, wie wir den geführen, und das geht ja an die grundlegenden Faktoren der Macht, so wer besitzt was und da wird es natürlich um Angst gehen, irgendwo die, die Macht haben, geht um Religion und Kirche, Deutungshoheiten, über diesen Prozess wäre ich wahnsinnig gespannt, wir lieben ja auch, wir wollen ja nicht mehr, sagen wir mal zurück zum, wenn wir zahlen, wir haben jemanden, der einen Bohren nimmt, wir freuen uns sehr technisch, aber es geht um grundlegende Machtfragen jetzt, wenn ich einfach als Kind eingebe, irgendwie Bilder produziere, was wird aus uns sozusagen, das finde ich eigentlich die spannenden Fragen dahinter. Das wird sich zeigen, keiner weiß es, das ist toll. Das Mikrofon ist schon bereit. Raphael Janzer, für mich stellt sich da gar nicht die Frage, ob das Fotografie ist oder nicht, natürlich ist es Fotografie, das ist doch die ganz konsequente Weiterentwicklung, das ist doch eine Grenzverschiebung, an der wir seit Jahren arbeiten und das ist vollkommen logisch, dass das Fotografie ist. Ich finde es super interessant, wie das nochmal die Fragen aus dem Urheberrecht aufwirft, mit der sehr viele im Internet konfrontiert werden, über soziale Medien. Ich glaube, da liegt ein spannender Knackpunkt, längerfristig gesehen auch. Und ich finde es interessant, bei diesem Beispiel, dass du gezeigt hast, mit diesen vier Autos, also intuitiv habe ich das rechts oben als Fotografie identifiziert, relativ schnell. Ja, ja, das war auch eine einfache Kombination. Und, also, ich glaube, wenn man damit arbeitet, wird man da ein Gespür für entwickeln. Das ist richtig, aber Financial Times hat vor ein paar Wochen einen Test gemacht, wie viele Leute können KI-generierte Bilder von anderen unterscheiden, 80 Prozent konnten es nicht. Ja. Andreas, ich glaube, du wolltest direkt da nochmal darauf eingehen, was Fotografie ist. Ja, nein, nicht die Frage, was Fotografie ist, aber die Frage, was da für ein Werkzeug entsteht. Und ich glaube, das ist, reiht sich ein, so in die Entwicklung aller Werkzeuge, die in einer gewissen Weise demokratisiert werden, durch die massenhafte Verfügbarkeit. Also, ich glaube, es ist grundsätzlich nicht mehr schwer, irgendeinen hochexplosiven Sprengstoff herzustellen und einen Terroranschlag überall auf der Welt zu verfügen. Das ist theoretisch mit der gewissen kriminellen Energie ist es jedem möglich, das zu tun. Und mit ein bisschen krimineller Energie und Weiterentwicklung dieser Technologie, die sich ja rasant entwickelt, ist, glaube ich, auch das Verbreiten von hochexplosiven Fälschungen nur noch eine Frage der Zeit. Und ich glaube, die Gefahr geht gar nicht davon aus, dass neue Bildsprachen entstehen, sondern die größte Gefahr geht von den bekannten Bildsprachen aus. Das heißt, Bilder, die glaubwürdig sind, die anschlussfähig sind und die den bekannten Bildern am ähnlichsten sehen, um uns zu beeinflussen. Ich weiß nicht, vielleicht als Frage, siehst du das auch so, dass sozusagen der geringstmögliche Fortschritt der gefährlichste ist, quasi. Ich war am Anfang wirklich schockiert, als ich so angefangen habe zu ahnen, was das für offene, demokratische Gesellschaften bedeutet. Wir sind noch weiter angreifbar und mir ist nichts eingefallen, was man dagegen tun könnte. Dann dachte ich zeitweise, okay, wenn jetzt das Foto nicht mehr irgendwie so ein Fakten-Ding ist, vielleicht das Bewegtbild. Und dann ist aber Text-to-Video das nächste Ding. Es ist keine Rettung. Ich habe keine Ahnung. Ich sehe darin ein großes Problem und keine Lösung. Ich sehe für mich als Künstler darin, mehr Vorteile als Nachteile. Für die Gesellschaft gibt es viele Nachteile. Ich denke aber auch Vorteile, die wir noch nicht irgendwie wie immer. Ich habe mal in Australien eine Spionagekamera in einem Laden gekauft und das an der Hochschule präsentiert und der chinesische Verkäufer, der wurde auch gefragt, ist das legal, eine Spionagekamera? Er hat gesagt, das ist wie ein Messer. You can use it for cooking, you can use it for killing. Und das ist ja so mit allem, was wir als Menschen jeweils erfunden haben. Das hat auch Hitchcock gesagt. Ich habe ein bisschen eine Verständnisfrage, auch weil ich nicht ganz sicher bin, ob ich das richtig verstanden habe. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann ist zur Generierung der Bilder die Sprache notwendig. Also ein Prompt ist eine Beschreibung, die ich eingebe. Ja, es gibt zwei Möglichkeiten. Ich lade entweder ein Bild hoch und fange damit an oder ich schreibe einen Text rein. Ja, aber der Text ist wesentlich, um etwas zu generieren. Egal, ob ich ein Bild vorher habe oder nicht. Ja, auch wenn ich das Bild hochlade und will damit mehr machen, dann muss ich auch Text eingeben. Ich kann aber auch einfach nur sagen, variiere mir das Bild. Gut, gehen wir mal davon aus, dass ich mit einem Bild weiterarbeite. Das bedeutet also, ich bin abhängig davon, dass ich in diesem Fall wahrscheinlich Englisch als Sprache beherrsche und zwar in einer poetischen Weise beherrsche, um möglichst genau die Bilder zu bekommen. Was ich sehr spannend finde, diese Verbindung plötzlich zwischen einem Bild und der Sprache. Gibt es da irgendwelche Untersuchungen oder hast du da irgendwelche Erfahrungen gemacht? Also es ist schon wichtig, dass die Sprache zentral ist und man da Vorteile hat, wenn man mit Sprache umgehen kann. Und ich hatte halt den Vorteil, dass ich, hier, so, das sind die Beschreibungen, die sind ja nicht besonders wild. Fartouchsalat mit roasted potatoes und dann ein bisschen was über Virginia Woolf oder Christmas comes early to UK. Das sind keine geilen Beschreibungen. Wenn diese Beschreibungen noch besser werden, was kriegen wir dann für Ergebnisse? Also es wird nur vorangehen. Und man muss mit Sprache auskommen können, um das hinzukriegen, aber die Open-Source-Varianten sind alle schon dabei, das in andere Sprachen zu übersetzen und möglich zu machen. Aber das heißt auch, dass ich dann von den Übersetzungsprogrammen ein Stück weit abhängig bin in meiner Darstellung über die Sprache für das, was ich möchte. Ja, ja, aber ich denke, das ist nur eine Frage der Zeit, bis die auf den hauptwichtigsten Sprachen, zumindest Industrieländer, gut funktioniert. Finde ich eine spannende Kombination. Ja, weil wir lernen ja auch, wir kommunizieren ja auch mit Sprache, lernen über Sprache, wir lernen auch anders, aber dieses Übersprache Lernen, das jetzt möglich ist mit dem TPT3, ist halt der Durchbruch. Also kurz nochmal ist nachher, ich finde, es ist fast eine Umkehrung, Entschuldigung, es ist ja fast eine Umkehrung, wenn man bedenkt, dass Kinder über Bilder sprechen lernen, man hat die Bilderbücher und sagt Ball und die lernen dann und hier ist es ja fast eine Umkehrung, man gibt Worte oder Sätze ein und bekommt dann ein Bild generiert. Aber die KI hat genauso gelernt, sie hat ja hier auch quasi zwei Erwachsene im Schnee, Christmas in UK, es ist diese Bildtextpaar, was wir ja auch aus den Bilderbüchern kennen, wird hier genauso verwendet. Herr Henrik Faurer nochmal, es war die Frage, was kann man dagegen tun, ich glaube relativ wenig, aber ich möchte nochmal an diese Parallele erinnern, die Automobilisten haben... Machst du etwas näher das Mikrofon? Ja, danke. Und dagegen gibt es Naturschutzgebiete, wo es das Autoverbot gibt und ich plädiere wirklich auf weiterhin für Kulturschutzgebiete, wo es Verbot von Digitalismus gibt. Deswegen kämpfe ich so sehr für diesen Tisch da hinten, dass hier ein ganz Kulturschutzgebiet innerhalb der DFA bleibt und deswegen mache ich den ganzen Kram, ja. Ja, ja, die Tische werden bleiben. Gleich darauf anschließend, Bärbel. Ich wollte jetzt vielleicht auch doch nochmal was dazu sagen, wo ich jetzt, ich habe das ja auch sehr, sehr intensiv verfolgt bei dir und muss jetzt, glaube ich, sagen, ich habe keine Angst. Das wird kommen. Ich kann eigentlich nichts dagegen machen. Wir leben in einem Fortschrittlichen, all diese Dinge. Ich warte endlich da drauf, dass ich einfach in ein Auto steigen kann und ich einfach nur sage, was weiß ich, da ich da Platz, eins bis zwei und ich kann wenigstens noch auf dem Weg dahin noch arbeiten und niemand anders sitzt im Auto. Ja, das sind alles irgendwie so Dinge. Ich liebe Science Fiction, also ich habe eigentlich keine Angst davor und ich glaube, es wird alles irgendwie kommen, aber all diese verschiedensten Aspekte, die du angesprochen, sind ganz, ganz wichtig. Wie gehen wir damit um? Könnte ich behaupten, ich kann ein KI-generiertes Bild von einer, ja, mit analoger oder traditioneller Technik, nenne ich das jetzt mal so, unterscheiden? Ich würde sagen, ich habe jetzt irgendwie 40 Jahre Bildsprache gelernt und vielleicht schaffe ich das, kann ich auch nicht sagen, aber das war interessant irgendwie zu beobachten, wie du zum Beispiel eben halt deine Facebook-Seite bestückt hast. Bei jedem Bild hast du natürlich immer halt einfach auch die Erklärung und zwar die technische Erklärung dazu geliefert. Am Anfang, ja. Am Anfang, weißt du? Dann habe ich gesagt, ja, weißt du, du findest da Bilder, die sind natürlich schon auch irritierend, man ist erstaunlicherweise relativ durch Kunstgeschichte, durch die Surrealisten, durch Collagetechniken bis heute hinweg halt einfach natürlich auch geprägt und hat Erinnerungen, plötzlich taucht irgendwie was, was ich, Francis Bacon vor den Augen irgendwie auf und all solche verschiedensten Momente, die man da so erlebt. Und ich habe dann auf der anderen Seite gedacht, oh, Boris erzählt uns jetzt, wie er Bilder generiert. Eigentlich ist er ja Künstler und eigentlich will ich nicht wissen, wie jetzt im Grunde genommen vielleicht irgendwann später Francis Bacon seinen Pinsel gehalten hat oder wie eben halt, was weiß ich, Cecily Brown halt einfach mit großen Pinseln irgendwie arbeitet oder wer auch immer jetzt Bilder generiert. Ich fand das schon irgendwie, ich fand das schon interessant und ich dachte mir, ja, was ist das? Was geht da jetzt eigentlich in Boris irgendwie vor? Wer ist er? Was will er uns irgendwie zeigen? Worauf ich hinaus will ist, für mich ist sozusagen irgendwie relativ schnell die Autorenschaft irgendwie wichtig. Wie er zu diesen Bildern letztendlich kommt, ist mir eigentlich irgendwie schnurzt und wenn er darauf kackt und es in irgendeiner Weise irgendwie präsentiert, ja, es geht mir letztendlich darum, also was macht es da? Es darf nicht irgendwie zu etwas verkommen, wo man irgendwie sagt, es ist Spaß, weil ihr habt immer davon, das sehe ich ganz genauso wie du und ich erkläre dir mal, was da passiert ist. Du hast mich nicht aussprechen lassen. Ja, weil es schon so vieles falsch ist, Ingo. Nee, weil ich wollte einfach nur noch sagen, hier sind ja auch oft einfach so Begrifflichkeiten aufgetaucht, wie, da kann man so den geilen Scheiß machen und ich frage mich immer, was ist dann dieser geile Scheiß? Was ist so geil da dran? Und was bedeutet das? Und ich habe gar keine Angst davor, geilen Scheiß irgendwie zu machen. Also wer mich kennt, weiß, dass ich so Wörter wie geiler Scheiß eigentlich nicht verwende. Ich habe am Anfang beschrieben, was das wirklich ist, weil mich so viele Freunde gefragt haben. Und ich dachte mir, ich will die nicht alle persönlich arbeiten, ich komme da gar nicht dazu, sondern ich gebe jetzt einen Rahmen, wie das geht. Und dann haben alle gesagt, was ist denn dein Prompt? Was ist denn dein Prompt? Und dann habe ich auch ganz klar gesagt, das ist meine künstlerische Steuerung. Ich werde diesen Prompt nicht entmystifizieren, wie das alle damals gemacht haben. Das ist mein Teil. Ich kann so wie jetzt im Vortrag darüber schreiben, es geht in diese Richtung, strukturell. Ich werde euch aber kein Beispiel zeigen. Das ist meine Leistung, die ich jetzt über fünf Monate Spielen mit Sprache einfach mal rausgefunden habe. Das ist auch mein Plus. Und das ist dieser Unterschied. Ich habe das nicht alles irgendwie so offengelegt, sondern ich habe nur gesagt, das ist jetzt hier innerhalb von KI entstanden. Während ich andere gesehen habe, die haben sich einen Spaß gemacht, haben es einfach rausgehauen und haben von ihren Freunden einen Applaus geholt. Guck mal, wie toll du fotografieren kannst. Das fand ich dann ein bisschen fragwürdig. Nee, ich wollte das auch gar nicht als Kritik, weil ich glaube, ich habe keine Angst, weil ich da drin Möglichkeiten sehe, auch für mich jetzt ganz persönlich in meinem künstlerischen Schaffen, dass ich das irgendwie anwenden kann. und da bin ich irgendwie ganz, ganz gespannt und ich wollte nur sagen, am Ende, glaube ich, zählt wirklich das Bild, das daraus produziert wird und was bleibt. Ja. So, und ich glaube, an dem Punkt müssen wir jetzt die offizielle Kaffeepause einberufen und Boris hat ja gesagt, man kann ja noch weiter diskutieren, nur wir müssen dem Tagungsprogramm ein wenig folgen. Ja. Vielen herzlichen Dank. Meine tolle Arbeit. Bevor der Kaffee wirklich fließt, noch ein kurzer Gedanke zu der großen Verwirrung, die das auch auslöst. Ich glaube nicht, dass das Ende der Wirklichkeit oder der Beweisführung mit Bildern erreicht ist oder irgend sowas, sondern mir fällt gerade spontan ein, Forensic Architecture, kennt ihr möglicherweise, ist ein Kollektiv, das genau auf der Vervielfältigung von Perspektiven basiert. Die ziehen ganz viele Quellen ein und rekonstruieren daraus ein Geschehen, das mal stattgefunden hat. Ich denke, vielleicht passiert hier in Zukunft auch sowas ähnliches. Also das Bild als Beleg für einen wirklichen Vorgang ist nicht weg dadurch, aber es kommt darauf an, wie viele Leute an welcher Stelle irgendwas beweisen oder belegen oder beobachten können und wie glaubhaft diese Institutionen und Personen sind und dann wird es schon noch irgendwie Bezüge zu einem Restleben von uns geben, auch wenn die KI sich sehr üppig weiterentwickeln sollte. Prost beim Kaffee. Ja, also jeder, der Kaffee trinken möchte, holt euch Kaffee. Wer noch Fragen hat, wir haben hier Mikrofone und ich gebe gerne noch zehn Minuten Antworten. Jürgen ist noch da. Ja. Ich frage mich, wir diskutieren weiter in der Kaffeepause. Ich frage mich, warum wir darauf bestehen müssen, das Fotografie zu nennen. Das ist doch nicht schlimm, wenn man sagt, das ist Computergrafik. Ja. Weil ich glaube ja, was andersrum passiert ist, ist, dass sich die kommerzielle Fotografie zumindest, du hattest diese Werbefotos von den Autos, ja viel mehr in Richtung Computergrafik entwickelt hat. Also von so einem geilen Autofoto ist ja fast nichts mehr Foto. Das ist zusammengebaut, ja. Ja, natürlich. Sondern das sind ja hochoptimierte Fotos oder zum Teil nur noch Reste von Fotos und Renderings und Panoramaaufnahmen für Light Mapping und so und und. Und dass da jetzt eigentlich der Übergang fließend ist, wo sich also die Fotografie zur Computergrafik entwickelt hat und auf der anderen Seite dieses AI-Zeugs jetzt Grafiken generiert, die aussehen wie Fotos, ist ja fast zwangsläufig. Deswegen glaube ich, müssen wir gar nicht darauf bestehen, dass das Fotografie ist. Mir ist das auch egal. Also die Definition, was das ist, ist was für Medienteoretiker. Also mir geht es um das Bild und als Künstler kann ich frei wählen, wie ich dieses Bild erzeuge. Alles, was mir dabei hilft. Und letztendlich muss man ja auch plötzlich sagen, letztendlich muss man ja dazu sagen, also derjenige, der diesmal eben halt einfach die Paris-Fotos besucht hat und dann vielleicht geneigt ist, vielleicht zu sagen, was sieht man denn da gerade, neben allen anderen, was man auch sieht, sieht man eine unglaublich intensive Beschäftigung mit der Collage. Das ist mir so aufgefallen. Und im Prinzip, was du jetzt auch durch diese Dinge irgendwie eröffnest, ist letztendlich, dass es eine neue Möglichkeit gibt, halt einfach zu kollagieren, was in der Fotogeschichte, Kunstgeschichte eine ganz klare und irgendwie auch künstlerische Strategie ist. Ich denke, es ist mehr als das, weil eine Collage ist, Element A und Element B mit Element C zusammenzukleben. Und hier hast du Spuren von A, B und C, die werden ein neues Wesen. Da wird was geboren, was mehrere Väter und Mütter hat und da werden nicht nur die Dinge zusammengeklebt. Das ist nochmal ein anderes Level. Für mich ist es mehr eine Fusion als eine Collage. Es ist eine feine Collage, die man gar nicht mehr so als sollte dann erkennen kann. Was ich vorhin so ein bisschen über die Wahrhaftigkeit von Bildern und Beweischarakter gesagt habe, gibt vielleicht auch eine Chance für neue Organisationen, auch uns als Schaffende vielleicht, über das Vertrauen in die Personen, in die Organisation, genau dieses Vertrauen wieder in die Wahrhaftigkeit eines Bildes zu erlangen. Kann das sein, dass die Aussage, dass du fünf Monate gebraucht hast, um deine Prompts zu verfeinern und dass du nicht bereit bist, die offen zu legen, zumindest in der verfeinerten Form, vielleicht schon so eine Vorantwort auf die Frage sind, wo das Copyright liegt. Weil eigentlich ist es doch auch nur ein Werkzeug, was des kreativen Inputs bedarf. um etwas Schützenswürdiges hervorzubringen. Ja, es ist richtig. Es ist halt der Schlüssel zur Bilderzeugung. Und es gibt da keine Vorgaben. Das muss sich jeder selber erarbeiten. Ich werde ja im Workshop einiges machen. Aber für mich ist, man fängt immer wieder bei Null an. Also jetzt gab es letzte Woche, diese Stable Diffusion 2.0 funktioniert ganz anders. Alles, was ich mit Prompts bis zu 1.5 gelernt habe, kann ich jetzt vergessen. Und ich kann wieder von vorne anfangen. Und irgendwann werde ich mein Wissen von 1.5 wieder auspacken und weiter testen. Darf ich auch noch mal kurz was sagen? Also ich verfolge ja Boris Werk und Boris Freundschaft schon seit unglaublicher langer Zeit. Und ich finde hier, ist es sehr bedankenswert, dass wir in deinen Laborcharakter reinschauen können. Das hat sowas davon. Und letztendlich, wenn du es später eben rausgibst, dass es total unwissend, also es muss gar nicht beachtet werden. Und dass du es einfach auch mit deinem ganzen Vorwissen, deinen Interessen und deiner Philosophie, wie du an Arbeiten rangehst, dass es praktisch ist, auf einmal wie so eine Symphonie zusammengekommen ist. Und das, finde ich, ist diese Stärke da dran. Dann vibriert das auch so. Und letztendlich, woher es kommt, du arbeitest einfach damit. Und das ist alles Neuland. Ja, das wollte ich nur sagen. Das ist auch diese Neugierde auch. Danke. Das Wolfgang. Ja, nee, ich finde auch noch mal diese Betonung, das ist wirklich ja auch eine künstlerische Montagetechnik. ist letztlich. Es gibt ja einfach verschiedene Ebenen, die du arbeitest, ob man das jetzt Collage nennt oder nicht. Also ich finde schon, dass es einfach ein künstlerischer Akt ist, mit verschiedenen Ebenen zu arbeiten. Deswegen finde ich es auch ganz wichtig, dass man die Betrachtung jetzt KI, es wird ja in unterschiedlicher Form, was macht das gesellschaftlich, wie wird das Bild, was hat das für einen Einfluss irgendwie da drauf, dass man das jetzt hier auch komplett separieren muss erst mal. Einfach sagen muss, deswegen, wenn du sagst, das ist für dich eine fantastische Methode, irgendwie da künstlerisch zu arbeiten, dann ist es ja komplett irgendwie nachvollziehbar. Und dass es da in der künstlerischen Methode für mich völlig klar ist, dass die Fotografie auch immer eine Konstruktion von Wirklichkeit ist. Also dass ich nie davon ausgehe, dass die Fotografie ein eindeutiges Bild irgendwie der Wirklichkeit zeigt. Und wenn das jetzt dazu führt, dass dieser Glaube daran grundsätzlich aufgelöst wird, dann finde ich das schon irgendwie auch ein gutes Moment, dass man irgendwie als Betrachter grundsätzlich skeptisch ist, irgendwie so, weil hinter allem realistisch natürlich auch eine Absicht, eine Intention steht. Ja. Und dass daraus auch Ideologien entstehen. Also Ideologien sind die, oder totalitäre Systeme, haben immer mit dem Realismus zugearbeitet und gesagt, das ist die Realität und es ist nicht irgendwie ein subjektives Konstrukt. Und es ist immer ein subjektives Konstrukt. Aber man muss natürlich die ganzen Betrachtungen, wie die KI natürlich gesellschaftlich und wie einfach perfekte Welten geschaffen werden und was das mit Generationen schafft, die im Prinzip natürlich diese als Idealbilder haben, das ist natürlich nochmal die Potenzierung dessen, was jetzt ist. Also von daher ist es gleichzeitig ein fantastisches künstlerisches Instrument und gleichzeitig natürlich ein sehr gefährliches Entwickeln für eine Gesellschaft. Aber das steht einfach nebeneinander für mich. Das kann man nicht gegenseitig irgendwie auffinden. Ja, ja. Das sehe ich ganz genauso. Ja, meine Frage wäre jetzt, oder was mir durch den Kopf geht, wie reagiere ich darauf als Künstler? Jage ich jetzt meine Bilder da durch die KI oder wie können wir, in welcher Form können wir als Künstler darauf reagieren, außer jetzt nur mit dem Werkzeug zu arbeiten? Da werden, die ganze Bandbreite wird da sein. Ich habe schon mit welchen mich auf Instagram unterhalten, die gesagt haben, alles, was ich vorher gemacht habe, macht keinen Sinn mehr. Andere haben gesagt, mach mein Ding weiter, spielt für mich keine Rolle. Die Dritten wissen noch gar nicht, dass die Stunde geschlagen hat. Das bleibt abzuwarten. Ja, man muss jetzt nicht unbedingt irgendwie so ein Szenario oder Aufbauen des Untergangs. Ich hänge noch so ein bisschen an der Sprache und mich fasziniert so ein bisschen die Übersetzung von Beschreibung zum Bild, was daraus entsteht. Die Frage, die ich habe, ist, gibt es eine Maximaleingabe von Zeichen, die ich nutzen kann? Und die andere Frage, ist schon mal ein Versuch gestartet worden von Passagen von Gedichten oder so etwas? Also etwas wirklich Lyrischem, was... Das wurde schon gemacht. Ich habe jetzt keine Ergebnisse vorliegen. Es gibt mittlerweile, glaube ich, auch eine Begrenzung von Zeichen. Bei meinen Tests habe ich die nicht erfahren. Also die waren oft manchmal sehr lang. Also schon ein gewisses Spektrum. Ich denke, das ist auch etwas, was sich so in der Veränderung befindet, dass das, was heute gilt, nächste Woche schon wieder anders sein kann. Darf ich kurz antworten auf die Frage mit den Gedichten? Vor vier Wochen hat doch hier in Hamburg, ich habe das allerdings nur am Rande mitbekommen, eine Fachtagung im Bereich Poesie stattgefunden. Und dort ist am Ende rausgekommen, dass man diesen KI-Programmen im Bereich der Lyrik mittlerweile dem Begriff der Autorenschaft zusprechen kann. Und das ist vielleicht ein Stück weit eine Antwort auf deine Frage. Ich kann das jetzt nicht unterfüttern, habe es nur gehört, aber das finde ich auch schon bemerkenswert, wie weit wir in diesem Bereich jetzt auch schon sind. Das geht in alle Künste, wird es sich durchziehen. Also ich muss sagen, ich freue mich schon so richtig darauf, weil ich werde natürlich im Grunde genommen nur mich selbst einspeichern und dann eben halt neue Selbstporträts generieren. Mal sehen, was da irgendwie an Psyche dabei rauskommt. Das könnte ich mir eigentlich irgendwie ganz gut irgendwie vorstellen. Da muss ich nochmal auf dich zurückkommen. Vielleicht mache ich diesen Workshop. Ich habe das mit Klaus Elle schon gemacht, du bist da nicht mehr Erster. Das macht nichts, aber Klaus Elle und ich unterscheiden uns in den Selbstporträts wie Himmel und Hölle. Ja, wenn wir jetzt mit den Fragen fertig sind, dann bedanke ich mich bei allen. Wie gesagt, das Video steht online, wer Fragen hat, einfach unter das Video schreiben und ich schaue mir das regelmäßig an und beantworte. Und danke schön. Ich überlege gerade, wie wir die GDL oder DFA umbenennen. Gesellschaft deutscher KIs oder irgendwie sowas. Denn es gibt was, ne? Es gibt was, ne? Ja, es gibt was. Es gibt was, ich bin bezogen. Es gibt es in die GDL. Es gibt wunderschön, es gibt es in der GDL. Das ist in der GDL. Vielen Dank.